Bevor dieses Video beginnt, möchte ich noch einmal mit den sehr seriösen Kommentaren fortfahren von hier zum Beispiel GrooveX05 und noch ein Ich hinten dran. Die wusste es so ehrenlos, immer wenn sie verlieren sind, werden die Gegner weggewarnt. Hashtag BornReady, raus aus dem Team. Da schreibt natürlich noch ein sehr seriöser YouTube-Account, SoTrue, mit dem Namen Busted, komischer Smiley und einem schwarzen Profilbild. Das ist natürlich sehr aussagekräftig und natürlich mit Beweisen hinterlegt. Besser kann man es nicht machen, ne? Jetzt einmal kurz als Sache, vielleicht weißt du es nicht, aber Supporter können nicht einmal bannen. Supporter haben nicht einmal die Bannberechtigung dazu. Sie haben nicht einmal die Berechtigung auf den Bannbefehl. Das Einzige, was sie können, ist Chat-Mute geben und keine Ahnung, was sie jetzt alles können. Darum sollte es ja auch nicht gehen. Bis jetzt wurde bei uns ein Gegner live gebannt. Bis jetzt wurde bei uns, ja, erst ein Gegner live gebannt. Das war Ichi. Am Ende der Runde waren auch noch Genutzt und Domme da. Deswegen schätze ich mal, dass die den gebannt haben. Und er hat im Nachhinein noch zugeben, dass er gehackt hat oder Testmember anscheinend mit seinem Account gespielt hat und dort gehackt hat, was man jetzt glauben will. Und wenn ihr einfach solche Scheiße schreibt, dann informiert euch doch wenigstens. Und schreibt nicht einfach, ja, immer wenn sie verlieren, werden die weggebannt. Und der Live-Bann, da hatten wir auch oben und alles, da hatten sie komplett keinen TNT-Schutz mehr. Und das war, weil die Leute gehackt haben und dann gebannt worden. Und dürfen jetzt Mods und Admins keine Leute mehr bannen für Hacking? Oder wie soll ich das jetzt verstehen in der Hinsicht? Ich meine, wenn er für Hacking gebannt worden ist, dann darf er das nicht mehr, oder was? Es ist einfach komplett sinnlos, diese Aussagen von diesen Leuten. Und auch mit dieser Sache, ja, ihr seid jetzt, jetzt seid ihr auf einmal Platz 1. Komisch, ja, komisch, 48er-Win-Streak, ne? Dass die Leute dann direkt kommen, ja, ihr seid ja nur, wenn ihr im Klans habt jetzt Platz 1 wieder. Und er missbraucht auch seine Rechte. Wenn ihr keine Ahnung habt, Fresse halten. Ja, und in der Beschreibung ist nochmal ein Link zu dem Top 5 Clips of the Week-Formular. Würde mich freuen, wenn dann noch ein paar Leute irgendwelche Clips einschicken. Ja, alle Sachen stehen da. Am besten wären keine Replay-Clips. Wenn es wirklich sein muss, dann können es auch für die erste Folge mal Replay-Clips sein. Ja, für Geld, man kann sich Skims kaufen. Digga, Sam ist abzuhören. Aber Sam scammt halt, keine Ahnung. Hey, no joke, nur weil wir Sam kennen, das ist noch lange nicht, dass er nicht scammt. Also, keine Ahnung. Junge, Leo hat es. Hey, no joke jetzt. Junge, ich würde mich mit Sam richtig oft gefragt haben. Sam ist riebelnd, der 31er macht. Na, ich bin einfach ein anständiger Mensch. Abziehen, einfach jemandem was abziehen. Ich weiß von euch, das heißt Leben. Selb, wenn du gesagt kommst, halt das Lachen. Ja, das heißt nicht verarschen. Über uns Lachen. Arsch. Ich vertraue mir einfach mal. Liedes Ding. Oh, Junge, ich kann nicht shoppen. Oh, ein Eis mit an der Tüte. Also, wisst ihr, was mich riecht? Ich abfuck, dass unsere 50er-Streak zu Ende ist. Und noch den Folle-Ko? Können wir ein... Das Ding ist, ich kann... Jetzt habe ich mich nicht konzentriert, weil ich geredet habe. Ich bin einfach nicht multitaskendisch. Egal, so, also, ja. So, jetzt nochmal von vorne. Also, ein Plan-Made von... So, jetzt hättest du eigentlich die Sperre wiedergeben müssen. Ey, Bett, ne? Oh, Gott. Hauptsache, beide getroffen.